Morgen um 10 Uhr, wir haben Wasserpegel Worms 52 cm, also das ist recht wenig und eine Außentemperatur von 2 Grad. Wir haben auch schon ein schönes Kontinuerschiff gefahren und zwar die Zirkle oder Seicle, ich weiß nicht wie man es ausspricht. Dieses große Schiff fährt 7,8 Knoten, das entspricht 14,446 Kilometer in der Stunde. Das Schiff hat eine Länge von 190 Meter und ist 23 Meter breit. An dem Schuhverband sind mehrere Leichter angebracht. Leichter ist ein besatzungsloses Fahrzeug und besitzt keinen echten eigenen Antrieb. Anwärts kommt jetzt die Alopra Gefahren, derzeit mit 4,4 Knoten. Das entspricht 8,149 Kilometer in der Stunde. Das schöne Schiff fährt unter niederländischer Flagge, ist 183 Meter lang und 12 Meter breit. Jetzt noch ergänzend zu dem Einsatz von Leichtern. Gerade bei Niedrigwasser ist es wichtig, dass man leichter einsetzen kann. So kann die Fracht besser verteilt werden. Je nach Frachtaufkommen wird ein Schiff dann mit diesen Leichtern gekoppelt. Wer hier hoch geht, darf keine Höhenangst haben. Auch bei Glatteis und Reifglatte stelle ich mir den Weg beschwerlich vor. Jetzt kommt das Tankschiff South Carolina Talwärts gefahren. Das schöne Schiff fährt unter niederländischer Flagge, ist 125 Meter lang und 12 Meter breit. Und fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 9,2 Knoten. Das entspricht 17,038 Kilometer in der Stunde. Hier ist ein Bruder oder Schwester von der anderen Rheinseite auf Schatzsuche. Ob er fündig wird, weiß man nicht. Durch die geringe Wassertiefe gibt es sicherlich allerhand zu finden. Das ist ein Bruder oder Schwester von der anderen Rheinseite. Beide ich mit einer Gefahndung nach wenn man geht. Mit einer anderen Rheinseite kommt, muss man sich nicht verlaufen anstrasen. Das ist eine Bruder oder Schwester von der anderen Rheinseite kommt, Und bei den Mittwoch treft so schnell und abandurch. Das ist ein Bruder, der Spächer hat. Das ist ein Bruder, aber ich möchte nur die Steine goes um die Bruder hier drin sein. Und bei der Bruder würde wählen. Hier kommt die Allegro bergwärts gefahren. Eine Geschwindigkeitsanzeige liegt nicht vor. Das schöne Schiff ist 105 Meter lang und 10 Meter breit und fährt unter niederländischer Flagge, ist ein Frachtschiff. Die Rondinyak ist ein Schiff, das unterstiegelt. Die Rondinyak ist 104 Meter lang und 9 Meter breit. Auch hier liegt keine Geschwindigkeitsangabe vor. Hier kommt die GAS 94, talwärts gefahren. Der Schiff fährt unter deutscher Flagge, ist 110 Meter lang und 14 Meter breit. Das schöne Schiff fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10,4 Knoten. Das entspricht 19,446 Kilometer in der Stunde. Musik 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 Jetzt kommt die Viktoria, talwärts gefahren. Sie ist auch ein Schubverband, ist 135 Meter lang und 18 Meter breit. Geschwindigkeitsangaben liegen keine vor, das schöne Schiff fährt unter niederländischer Flagge. Untertitelung des ZDF, 2020 Also heute ist mächtig was los. Jetzt kommt noch die Eiltank 21, bergwärts gefahren. Das schöne Schiff ist 100 Meter lang und 11 Meter breit und fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5 Knoten. Das entspricht 9,26 Kilometer in der Stunde. Es handelt sich um ein Tankschiff. Es fährt unter deutscher Flagge. Zum Abschluss hatte ich noch Glück. Ich habe zwei sehr nette junge sportliche Biebsheimerinnen angetroffen mit einem sehr agilen und hübschen Hund. Sportliche Biebsheimerinnen haben jetzt eine wieviel Kilometer Tour vor sich? 10,10 Kilometer. Ach der arme Hund. Sie ist toll, hei. Sie ist bitter wie wir. Ja. Na dann wünsche ich euch alles Gute, gell. Dankeschön. Und wie gesagt, bei Handja könnt ihr euch sehen, gell. Ich wünsche euch was. Tschüss. Ich habe auch meinen Vater schon gefilmt von der Bäckerei. Ach was. Ja. Der Rudi ist mein Papa. Ei, ei. Ja, ja. Es ist so, wenn die Kinder schon groß sind, gell. Ja, hier sieht man mal wieder, wie die Zeit vergeht. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören.